Klar, die wissen jetzt, dass ich Landwirt bin und dass sie das halt akzeptiert, dass ich auch nicht mal um drei zu Hause bin, sondern auch meine Ernte mal ein bisschen später wird. Und würde mich freuen, wenn sie mich unterstützen würde in meinen Sachen, die ich mache, also mit Schafen und mit den ganzen Tieren, die ich nebenbei habe. Aber muss sie nicht, aber sie muss es halt akzeptieren. Und da muss man halt mal eben gucken, ob ich dann halt noch so viele Schafe halte oder nicht oder so, wie es zeitlich alles so hingeht. Und abends 9 Uhr nach Hause kommt, das findet ja eine Frau nicht so schön.